Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker-Idle und Incremental Games. Aktuell sind es acht in der Liste, von denen, die ihr schon kennt. Und heute kommen drei neue hinzu, die ich mir heute das erste Mal anschauen werde. Und wahrscheinlich werde ich eins von den acht dann erstmal in den Ruhestand schicken, mal sehen, wie das dort dann weitergeht. So, den Start macht wieder Clicker-Heroes und heute geht es mal wieder daran, etwas umfangreicher einzusteigen. Aber als erstes natürlich wieder den Weihnachtsbaum geplündert. So, mal sehen, wie viele Geschenke das jetzt insgesamt geworden sind. 45. Naja, es werden jetzt glaube ich gleich noch ein paar dazukommen. Immerhin zweimal Spike Nock und ein Labelmaker, auch wenn ich mit beiden nicht wirklich was anfangen kann. Aber ja, hier habe ich jetzt schon den ersten Söldner. Mit 2.227 ist das natürlich ziemlich happig. Auf der anderen Seite ist es ein Heldenseelen-Söldner. Das heißt, da würde ich jetzt tatsächlich mal eine Zuckerstange ausgeben. Immerhin habe ich drei Stück inzwischen eingesammelt. Und ja, du darfst wiederbelebt werden. So, dann gibt es noch neun weitere Geschenke und ein paar zusätzliche Heldenseelen, die im Moment aber jetzt nicht weiter relevant sind. So, ich werde jetzt hier dann gleich mal den nächsten wieder starten. Und was ich jetzt vor allen Dingen auch schon mal ausprobieren wollte, wenn ich jetzt einen von denen entferne, will ich vor allen Dingen wissen, zählt der mit zu den Begrabenen? Also im Moment habe ich 149, die ich begraben habe und 237 noch schon mal wiederbelebt. Also mal gucken, ob das jetzt auf 150 steigt, wenn ich einen davon rauskicke. Und was ist am uninteressantesten? Letztlich Rekrutierungsgeschwindigkeit, den werde ich gleich nutzen. Dafür werde ich die Skills aktiviert durch Quest. Das werde ich rausschmeißen. Und ja, den will ich entfernen. Und jetzt sag mir mal, ob das hier eine Auswirkung hat. Nein, nicht. Also ich muss sie tatsächlich sterben und begraben lassen. Das heißt, das Löschen bringt nichts. Das heißt, ich kann das dadurch nicht beschleunigen. Und dich schicke jetzt aber los. Okay, es sind immer noch 8 Stunden. Auch egal. Okay, du hast zwar 8 Stunden angezeigt, aber wirklich, du brauchst nur 7 Stunden, 16. Aber egal. Und die anderen beiden bekommen dann jetzt wieder ganz reguläre Quests, soweit sie in Verfügung stehen. Hat er nicht. Dann gibt es eine Christmas-Quest. So, bei denen. Hier habe ich jetzt auch eine neue Strategie-Änderung. Während ich bisher ja immer versucht habe, die Kumawakamaru zu pushen, ist das inzwischen auch hier noch relativ unnötig, weil ich bin jetzt ziemlich am Ende, kurz vor Level 22.000 und habe immer noch minus 25 Monster. Das heißt, da brauche ich keine weiteren Boni mehr. Vor allen Dingen, da das sicher hier auch relativ wenig auswirkt. Und zwar um gerade mal zwei Monster, der für die 10 Level. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt inzwischen auf andere. Und zwar hier eine Kombination auf Energieschwub und Superklick sind hier beides vorhanden. Zusätzlich dann hier schon mal Glückstreffer-Dauer, aber das ist jetzt noch nicht so stark, weil das noch ein Alter. Und hier ist aber auch Energieschwub. Das heißt, mein Fokus ist jetzt daran, natürlich hier Superklick-Dauer zu verlängern in Kombination mit dem goldenen Klicken und dann eventuell Glückstreffer und Energieschwub. Also Prio 1 sind Superklicker und goldenes Klicken in Kombination zu bringen, dass die beide etwa gleich lang laufen, weil das sind auch die beiden Push-Elemente, mit denen ich ja auch am Ende noch weiter hochkomme. Ich lasse den jetzt erstmal hier weiter klicken und kann mal gucken, ob meine Gilde, ob die heute noch... So, das war der gestrige Raubzug und heute habe ich nämlich noch nicht erledigt. So, die anderen haben es schon mal vorgelegt und jetzt werde ich schauen, dass ich den noch klein bekomme. Weil inzwischen bin ich natürlich schon wieder relativ weit aufgestiegen. Das heißt, sie sind jetzt inzwischen bei Titan Level 274 angekommen. Aber den sollte ich jetzt im ersten Durchlauf noch ganz gut klein bekommen. Es ist knapp, aber es sollte reichen. Vor allen Dingen mit der Nachklickzeit der Autoklicker. So, also die letzten laufen und es hat soweit geklappt. Ich habe eben dann sogar einen Overkill. Aber das reicht soweit, dass die Sälen wieder einsammelbar sind, auch wenn die Sälen dort jetzt keine größeren Mengen haben. Also im Verhältnis zu dem, was ich hier sowieso habe, ist es schon relativ weit unten und denen, die ich insgesamt als Titanschaden eingesammelt habe. Aber auch das ist wichtig, das dazu zu holen. So, jetzt erstmal hier noch durch die letzten. Okay, auch nicht interessant. Es sind so Energieschrub, wäre jetzt hier natürlich mit 1700 Sekunden. Das heißt, dann würde der Energieschrub eine halbe Stunde dauern. Der hat jetzt schon einen Bonus, deswegen braucht der den jetzt nicht unbedingt. Sondern wie gesagt, ich bin im Moment auf der Suche, dass das goldene Klicken verstärkt wird. Aber dann erstmal das Zeug recyceln, weil ich werde jetzt heute mit euch den nächsten Überwelten-Reset machen. Und nämlich hier, ich habe inzwischen schon wieder 90 Sälen angesammelt und habe jetzt darauf gewartet, auch heute mit euch so eine komplette Überwelten-Reset zu machen. Sonst hätte ich das eventuell vorher schon gemacht. Aber was ist überhaupt der aktuelle Status? Das heißt, ich bin jetzt schon bei 320 antiken Sälen. Das heißt, es geht dann mindestens auf 410. Und das bedeutet, dass mit dem nächsten Überwelten-Reset auf jeden Fall dieses Achievement, diese Errungenschaft dann auch abgeschlossen wird. Ebenso wahrscheinlich, das wird noch zwei, also den nächsten und den übernächsten Überwelten-Reset dauern, um dann die 3000 voll zu machen. Und dann fehlt tatsächlich nur noch die beiden Sölder-Visionen, um dann alle Errungenschaften abzuschließen. Mal sehen, wie ich das dann weiter anstellen werde. Ja, zu denen gibt es jetzt nichts weiter zu erzählen. Ja, meine Mitglieder, auch wieder heute schöne Grüße an euch. Die sind jetzt, zwei sind schon an den 10.000 und deutlich drüber. Und ich werde mich da noch sputen, dann eben bald jetzt auf die 30.000 zuzugehen, um dort weiterzukommen. Und deswegen heute dann auch nochmal, wie geht die nächste Optimierung? Worauf achte ich? Was ist letztlich wichtig? Also ihr seht hier, Skogor kann ich noch nicht weiter aufleveln. Und ich kann jetzt hier zumindest schon mal den ersten Push nochmal aktivieren. Also ich normal eben hier energetisieren auf doppelte Superklicker und dann goldnes Klicken natürlich aktiviert und die anderen sowieso mit. Aber ihr seht, das geht relativ langsam vorwärts. Und weil einfach jetzt die Kombo hier so niedrig ist, ich hatte hier, glaube ich, einen Exponenten von hoch 6, wo ich das gestern aufgehört habe. Weil ich brauchte mit euch vor allen Dingen eine Endposition, damit ich nämlich hier eben die Werte anzeigen kann. Also ihr seht, wie gesagt, Kumakavaro, die minus 25 Monster, da brauche ich keinen Bonus mehr. Das bedeutet, dass ich letztlich auch hier keine Notwendigkeit habe, den weiter aufzuleveln. Da ist kein Bonus notwendig. Auch bei den Tressa-Chefs, die ja hier durch Dora verbessert werden würden, ist nicht unbedingt notwendig mit 93%. Jetzt hier am Ende ist es noch mehr als ausreichend. Bossgesundheit ist auch relativ uninteressant. Dafür, was tatsächlich wichtiger wird, ist der Boss-Timer. Das heißt, ich muss tatsächlich anfangen, in Kronos zu investieren, weil das mit den 41 Sekunden ist schon ein bisschen knapp dann. Gerade für den letzten Push, da ist etwas mehr Zeit sinnvoll. Und genau diese Zeit bekomme ich nicht über den Antiken im Moment. Okay, zuletzt noch die Primalschance, die liegt bei 102%. Das heißt, da brauche ich auch keinen zwingenden Bonus. Das heißt, Admin ist da, kann ich um ein Level aufleveln, weil ich will ja noch ein paar tausend Level nach oben kommen, wo dann auch noch ein paar Abzüge stattfinden. Aber er hat keine Priorität. Und jetzt hier die Info, warum ist der Kronos so wichtig oder warum ist der Bonus für Kronos wichtig? Ganz einfach, es ist etwas Makulatur zu sagen, dass der kein Maximallevel hat, weil wenn ich mir anschaue, okay, wie geht es hier jetzt weiter mit 97,48 Sekunden für die Boss-Kampftimer, bekomme ich keinen weiteren Bonus mehr dazu. Das heißt, die Abzüge sind schon so stark, dass das halt gerade schon noch auf die Hälfte verringert wird. Aber selbst wenn ich hier jetzt noch mehrere Level dazu kaufe, ihr seht, da bewegt sich das um keinste hundertstel Sekunde. Deswegen brauche ich den Bonus, damit der Bonus mir zumindest da noch einen Multiplikator verschafft. Mal gucken, wir waren jetzt aktuell bei Kronos. Schon das 2,25-Fache und es wird dann zumindest noch um 0,75 verbessert. Also ich denke mal, zwei Level sollten hier ganz gut tun, um hier noch ein bisschen mehr rauszuholen. Weil es gibt mehrere, die halt dann, obwohl sie kein Maximallevel haben, aber im Endeffekt keine weiteren Wirkungen mehr haben. Umgekehrt hier, hier sind die Schritte noch relativ gering, aber absolut ausreichend dafür, dass ich hier parallel weiter anschließen kann. Das heißt, das ist auch überhaupt kein Problem. Und auch, für die Tresor Chests. Mal gucken, das war glaube ich hier die Schatzkiste. Das heißt, auch hier habe ich noch genug Platz nach oben, um weitere Tresor Chests zu kaufen. Hier steht zwar Maximum 9.900%, aber letztlich geht es ja darum, dass ich maximal eben 100% Tresor Chests Chance haben kann und das dann nicht weiter steigt. Also zumindest keinen weiteren Effekt hat. So, deswegen ist jetzt erstmal noch der ganz normale Weltenreset. Also ihr seht, das hier ist jetzt so aktuell das Ende. Da müsste ich noch ganz schön grinden, um da auch nur noch mit einem nächsten Push irgendwie weiterzukommen. Deswegen lohnt sich das nicht. Machen wir mal die letzten Geschenke noch auf. Vor allem Schmiedekohlen, also nicht sehr wichtig. Und die letzten Vergoldungen, das hält sich jetzt auch in Grenzen. Maximum sind jetzt so 2.400, was dann Skogo aktuell bekommt. Vielleicht auch nochmal einen Blick hier auf die, also mal sehen, ob ich die nächstes Mal schaffe. Weil 500 Zehner Potenzen an Gold, das dürfte noch eine Weile dauern. Könnte auch noch länger dauern, bis ich dann sie erreiche. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich schwieriger, je nachdem wie natürlich die Sprunge weiter für die anderen Helden sind, die auch alle zu erreichen. Also mal sehen, was dafür notwendig ist. Weil neben den Errungenschaften möchte ich die natürlich auch alle zumindest mal freigeschaltet haben. Also meine Priorität liegt weiterhin auf denen, die jetzt hier ausgeklappt sind. Eben die Chance auf Urbosse natürlich primär mit zu erhöhen. Deswegen ist sie jetzt schon bei 65, während die anderen bei 260 liegen. Und Kumama Kawaru natürlich parallel mit hochzuziehen, auch wenn es hier eben, wie gesagt, immer unwichtiger wird. Weswegen ich dann ab dem nächsten Mal meine Reliktstrategie hier ändern werde und tatsächlich auf diese Elemente gehen werde. Und ansonsten sind das eben hier die 5, die klassisch sind. Also für das goldene Klicken natürlich der Multiplikator. Dann das inaktive SPS-Heldenseelen, der Ausgleich für die, die ich alle verkaufe. Dann natürlich den Goldbonus, den Eidelbonus für Gold und hier den Schadensbonus für die Goldsachen und die den Schatz truen. Also Gold aus Schadensbonus. Das sind soweit die wichtigsten und alle anderen werden nachrangig dann hochgezogen, soweit ich die anderen halt nicht mehr vernünftig aufleveln kann. Ja, die gehe ich jetzt gleich mit euch durch, sobald ich dann den Überweltenreset gemacht habe. Aber wie gesagt, erstmal den Weltenreset. Nochmal die letzten Heldenseelen eingesammelt und noch vielleicht ein, zwei Antikeseelen dann aktiviert. So, die werde ich jetzt eben nicht mehr ausgeben. Das heißt, wir starten jetzt mit 91 dann in den Reset, aber erst noch hier wieder den Export, damit ich meine Zahlen habe. So, hier nochmal zur Übersicht. Also wir sind jetzt dann mit der 20. Überschreitung durch. Die hat jetzt natürlich etwas länger gedauert, weil ich sie jetzt nicht so frühzeitig resettet habe, wie die davor. Habe aber letztlich auch nur einen Aufstieg mehr gemacht. Aber bin mit den Heldenseelen, also ihr seht, es ist eine weitere Beschleunigung. Hier hatten wir dann den Wechsel. Mit dem 17. Ascension war die neue Version. Dann 12 Zehnerpotenzen, 14 Zehnerpotenzen und jetzt sind wir bei 18 Zehnerpotenzen, die ich weitergekommen bin. Und entsprechend hat sich natürlich auch die Anzahl zumindest der Antikeseelen, die ich bekomme, erhöht. Aber nicht zu vergessen, gleichzeitig steigen natürlich hier die Anforderungen bis auf Pandora-Source bei allen anderen deutlich an. Mit jedem Level wird es eine Seele mehr. Das heißt, der Effekt davon, was ich hier erreichen kann, wird natürlich weniger, aber die überwältige Macht wird größer. Das heißt, auch hier mit den 90, mal gucken, da komme ich jetzt schon, ich weiß nicht, ob die jetzt die Hälfte, also 0,05 oder 0,1 dazu beitragen. Aber schauen wir es uns gleich an und machen jetzt erstmal die Überschreitung. Jawohl, nächste Stufe. Und dich lasse ich dann schon mal hier die Klickaufgaben erledigen, damit wir da parallel weiterkommen und natürlich das Ganze aufgelevelt werden kann. Und zwar einen brauche ich noch für dich und wir kümmern uns dann um die Verteilung der überwältlichen Macht. Genau, also es sind 0,05. Das heißt, die 90 haben jetzt hier einen Bonus von 56 gebracht. Also auf jeden Fall ein ganz ordentlicher weiterer Bonus. Mal sehen, wie schnell sich das dann auswirkt. Das heißt, dass auch hier anhand dieser Bremse letztlich locker mal 20 bis 25 Zehnerpotenzen wahrscheinlich das weiter nach oben geht. So, also meine Strategie jetzt hier, die 90 auszugeben. Als erstes werde ich auf jeden Fall zwei wieder in die Senkung der Antikerkosten stecken. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber wie gesagt, halte ich es weiterhin für sinnvoll, jetzt hier dann nur noch, also 60 Prozent weniger. Das heißt, nur noch 40 Prozent der Kosten zu haben, weswegen das dann eine weitere Beschleunigung ist, weil ich ja dann über den Mortus, wenn ich dort die Seelen rein speichere, mir noch billiger letztlich diesen Bonus sichern kann, den ich über die Heldenseelen bekomme. So, als nächstes natürlich ein Level auf jeden Fall für die Inaktivboni dazu und ein auf jeden Fall mal Ponyjunge dazu. So, jetzt habe ich noch 38 über. Wie gesagt, Kumakabaru absolut nicht notwendig. Minus 24 war da der letzte Wert. Bei Edman, das heißt, die Chance auf Heldenbosse lag bei 102 Prozent jetzt zum Abschluss. Das heißt, noch ziemlich hoch. Das heißt, nicht unbedingt wichtig. Mal gucken, ob wir nachher noch was überhaben. Das mit der Krankheit halte ich nicht für relevant, weil die Abzüge so gering sind mit 0,1, 0,2 dann jeweils. Das heißt, bis man da wirklich ein ganzes Monster zusammen hat, ist das einfach viel zu wenig. Aber eben Kronos. Das heißt, Kronos werde ich auf jeden Fall mal zwei investieren, einfach um zu sagen, ich will eine höhere Basiszeit trotzdem wieder für die Bosse dann haben. Und Dora kann ich noch eins machen. Da waren wir jetzt bei 93 Prozent. Ich habe jetzt noch 29 über. Dann machen wir noch einen Dora und machen tatsächlich, wollte ich sagen, genau, einen Edman. Sind genug übrig. Machen wir noch einen da dazu. Jetzt habe ich natürlich die Überlegung, entweder ich gebe jetzt noch 18 für den Coralot aus. Werde ich an der Stelle nicht machen, sondern ich werde tatsächlich alle ich werde noch einen in den Inaktiv-Boni setzen, werde da noch einen machen und die restlichen neun werde ich dann wieder in die SPS investieren. Einfach damit hier natürlich der Schaden noch mal leicht verstärkt wird. Der Schadensbonus wird immer, immer weniger natürlich, weil es im Verhältnis immer weniger ansteigt. Aber zumindest steigt er hier linear an. Das heißt, ich bekomme immer 100 Prozent für eine so eine antiker Seele. Und jetzt heißt es letztlich wieder durchlaufen. Genau, jetzt fehlt mir hier noch der automatische Upgrade für die Sachen. Und dann kann ich hier nämlich auch schon mal anfangen, die Sachen einfach durchzukaufen. Und den ersten Aufstieg, den kann ich euch jetzt von den Zahlen natürlich so nicht mehr zeigen. Aber den habe ich nämlich tatsächlich erst nach 200.000 Heldenseelen gemacht. Das heißt, ich bin bis Level 300 oder 400 am Stück durchgelaufen. Und damit war es natürlich ziemlich einfach, dann auch alle Antiken zumindest erst mal zu kaufen. Das heißt, erstmalig zu aktivieren. Und das ist natürlich dann super bequem, weil ich muss sie dann nicht extra auswählen. Ich kann diesen Dialog dort dieses ganze Durchlaufen bleiben lassen und die einfach mit einem Klick zu aktivieren. Deswegen werde ich das jetzt auch wieder genauso machen. Und das heißt, jetzt hier so lange laufen lassen, wie er überhaupt vorwärtskommt, bis die Bremse irgendwie merklich spürbar wird. Ich bin mal gespannt, ob die Strategie jetzt weiter aufgeht. Vor allen Dingen eben die Senkung weiterhin der antiken Kosten, dass das wirklich zu dem Plus führt, von dem ich ausgehe. So, das dauert noch ein bisschen. Aber ich kann das ja erstmal laufen lassen. Ich bin jetzt schon eben, obwohl es natürlich zehn pro Level aktuell zu erledigen sind. Das ändert sich dann erst später, wenn ich natürlich das erste Mal meine Antiken dann alle aufgelevelt habe. Genau, also die Anfangschance für die Primalschance ist sogar 25 Prozent. Das heißt, die ist relativ hoch. Ja, also die 3er-Schance lässt sich auch ziemlich einfach dann auf fast, also auf jeden Fall auf 100 Prozent bringen, sobald die irgendwo 150 oder sowas erreicht habe mit den Antiken. So, hier sehe ich jetzt schon, da ist natürlich schön, dass der Espers schon dabei wäre. Aber wie gesagt, ich brauche nicht darauf zu warten, dass ich mir die alle einzeln zusammenklicke, sondern ich kann die tatsächlich in einem Rutsch aktivieren. Ich hatte ja gesagt, dass das ursprünglich irgendwie so, meine Schätzung war 200.000. Es sind inzwischen sogar weniger. Also ich glaube, ich hatte deutlich weniger als 200.000 benötigt, habe aber erst bei fast einer Million Heldenseelen als initialer Reset dann, ja, meinen ersten Reset gemacht für den Durchlauf. Und mal schauen, wie schnell wir das jetzt hinbekommen, weil natürlich bis Level 100 ist es jetzt auch nicht mehr weit. Wenn ich das jetzt noch 10, 15 Minuten laufen lasse, kriegen wir wahrscheinlich schon eine ausreichende Menge zusammen, die die Aktivierung aller Antiken bewirken würde. Und damit ist natürlich dann auch schon schnell die Möglichkeit gegeben, das, wofür ich jetzt einige Minuten brauche, bis Level 100 zu kommen, ist dann natürlich, sobald es hier auf 5 erstmal runtergesetzt ist. Ich denke, beim ersten Durchlauf werde ich da noch nicht auf einen negativen Bereich kommen. Aber ich denke, halbieren sollte ziemlich bald möglich sein, nach dem ersten Durchlauf. Das sollte etwa aufgehen. Mal gucken, wie hoch da die Boni tatsächlich dann ausfallen. So, jetzt kommen natürlich die ersten Vergoldnungen, die dann auch wieder zurückgegeben werden. Ja, das ist eins, was ihm schade ist, dass das Eingeklappte von den Helden nicht aktiv bleibt und dass ich die jedes Mal dann wieder neu aussortieren muss, die halt dann keine nennenswerten Gruppenboni geben. Aber es geht relativ schnell. Nach Hirntunheimer weiß ich ja, dass hier jetzt eine ganze Reihe kommt, die dort keinen größeren Einfluss haben. Außer eben auf sich selbst, so wie Neufretär dann auch wieder eingeklappt wird, weil sie keinen weiteren Bonus hat. So, jetzt kann ich hier schon mal das erste dunkle Ritual aktivieren, was natürlich auch das einzige bleiben wird, weil der Cooldown im Moment noch ziemlich hoch ist. Aber der wird sich dann auch schnell senken lassen, sodass innerhalb von anderthalb Stunden immer wieder ein dunkles Ritual aktiviert werden kann, soweit ich natürlich in einem Durchlauf noch bin und noch nicht wieder resetet habe. So, langsam wechselt jetzt auch oder hat jetzt die ersten Anzeichen gehabt von Instant Kill eben, dass es dann ein bisschen langsamer geht. Aber im Moment lässt sich das mit dem Upgrade noch ganz gut hinbekommen. Vor allen Dingen, Yontu-Timer bleibt jetzt eh so ein Primär, der halt eine ganze Weile aktiv bleibt. Und natürlich sobald ich jetzt die Goldenen aktiviere, weil jetzt ist es ja in Ordnung, weil Yontu-Timer steht jetzt zur Verfügung. Er kann die Goldenen dann hoffentlich ein paar davon absahnen. Ja, noch ein paar Level mit Yontu-Timer. So, die Mercenary-Sterne stehen natürlich jetzt erstmal nicht zur Verfügung, weil es dauert noch ein bisschen, bis ich den ersten Reset mache. Wie gesagt, ich denke, etwa 200.000 sollten ausreichen. Ich werde noch so lange laufen lassen, bis er hier nicht mehr weiterkommt. Und ich denke, in ein paar Minuten ist es erreicht. Also wahrscheinlich zehn Minuten, dann können wir den ersten Reset machen. Ja, Yontu-Timer hat jetzt schon sechs von den Vergoldungen bekommen. Das passt natürlich sehr gut. Tja, 25% bedeutet halt nicht, dass jeder vierte, sondern nur, dass die Chance 1 zu 4 steht, dass einer ein Primalboss ist. Das ist halt ein kleiner Unterschied. Das ist eben keine Garantie, dass nach vier Bossen einer zumindest ein Primalboss wäre. So ist das leider mit den Wahrscheinlichkeiten. Aber ich glaube, die Hunderter sind garantiert Primalbosse. Das wäre natürlich ziemlich ärgerlich, wenn tatsächlich nur 100, 200 und 300 aktuell ein Primalboss sind. Aber ich glaube, ein oder zwei mehr hat es doch schon gegeben. Wobei der Hunderter natürlich keinen großen Bonus entfaltet, weil da der Bonus glaube ich generell 0 oder höchstens 1 ist bisher. So, jetzt sind auch alle von den 240 Vergoldungen wiederhergestellt, die ich irgendwann mal erworben habe. Und immerhin 14 sind bei Yontu-Timer gelandet. Und ja, jetzt sind wir dann endlich gleich bei 300, der hoffentlich dann einen ordentlichen Bonus abwirft. Naja, das ist noch ziemlich knapp über den 200.000, weil da ich im Moment nicht genau weiß, wie viel ich brauche, will ich eigentlich, dass die 200.000 nur etwa die Hälfte ausmachen, was die antiken Kosten angeht, damit ich natürlich auch noch die Hälfte oder wiederum davon die Hälfte dann in die Heldenseelen-Speicherung beim Mortus stecken kann. Ah, aber jetzt haben wir gleich noch einen nächsten bekommen. Das heißt gleich nochmal 100.000 drauf. So, dann machen wir jetzt die 400, denke ich, noch voll. Und dann gehe ich mit euch tatsächlich noch gemeinsam in den ersten Welten-Reset nach dem Über-Reset. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir jetzt gebraucht haben. 20 Minuten schätzungsweise jetzt für den Durchlauf. Und der nächste wird das Level 400 auf jeden Fall um einiges schneller erreichen. Aber insgesamt wird er dann auch viele, viele hundert Level weiterkommen. Aktuell kann ich jetzt vor allem mal noch den Push dann schon mal aktivieren, weil dann kann ich das für die restlichen fünf Level auf jeden Fall nutzen, weil die 30 Sekunden sollten da ganz gut reichen. So, nochmal 200.000 oben drauf. Jawohl. Und hier dann auch gleich anfangen, dass er zumindest mit dem Klicken anfängt. Weil im Moment sind natürlich jetzt noch keine Boni aktiv. Das heißt, ich schicke die hier schon mal sozusagen auf reguläre Fahrt. Also, hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit, ich habe jetzt 1,35 Millionen oder 3,6 Millionen. Und mal gucken, wie viel jetzt. Also Summon Automatic Accident Tirus kostet eben jetzt noch 1,184.000. Also etwas mehr als 10 Prozent von dem, was wir jetzt hier haben. Und damit habe ich bereits alle zur Verfügung. Jetzt auch alle ausgeklappt. Und dann kann ich die jetzt nacheinander durchgehen. Also das irgendwie gehabt, Mortus erstmal jetzt die Hälfte der Boni zukommen zu lassen. Das heißt, Mortus bis auf einen Bonus von 1,1. Das heißt also 2,2 hoch 7 ist dann für ihn jetzt zu aktivieren. 2,2 hoch 7. 1,1 und 1 und 2,2. So, und damit ist auf jeden Fall mehr Helden, Seelen, SPS auf jeden Fall als Bonus gespeichert. Und das andere kann ich jetzt ohne Bedenken ausgeben. So, was ist jetzt natürlich das Wichtigste hier? Ich will natürlich jetzt vernünftig weiterkommen und stets erstmal Kumakarwaru natürlich aufkaufen. Und mal gucken, wie viele ich jetzt hier ohne Gefahr letztlich aktivieren kann. Ja, zählen wir auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Aber ich denke, auf minus 5 sollte man es auf jeden Fall bringen können. So, das heißt, jetzt ist schon nur noch die Hälfte. So 26.000. Na ja, einen noch. Dann haben wir so 10 Prozent, mal jetzt von, ja, also mehr als 10 Prozent sollte ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Das Gleiche mache ich jetzt schon mal für die Chance auf Urbosse. Wir haben jetzt aktuell nur einen Bonus von 27 Prozent. Das möchte ich natürlich auf jeden Fall erhöhen. So, jetzt haben wir schon mal 49 Prozent. Und ja, bis 16 hatte ich jetzt den anderen. Das heißt, das ist eben der Wichtigste. Das heißt, der geht auf die gleiche Stufe. Und damit ist die Prima Chance jetzt bei 60 Prozent. Das heißt, in diesem Durchlauf sollten wir da einige mehr zu Gesicht bekommen. So, jetzt werde ich hier gerade mal umstellen, damit die dann natürlich den Idle Bonus aktivieren. Weil von den anderen Sachen sind die jetzt hier mehr als genug aktiviert worden. Man kann jetzt hier schon mal die 100 da nach unten kaufen. Soweit, dass ich bis hier in Tuntimer natürlich dann aktiviert habe und er die ganzen Damage dann macht. Okay, ein paar Level fehlen noch. Aber kein Problem. Das geht relativ schnell jetzt. Vor allem sobald ich jetzt die Goldboni aktiviert habe. Die sind ziemlich nebensächlich. Deswegen mache ich die jetzt nur auf Level 10 und klappe die dann entsprechend ein. So, der kommt bis Level 100. Der ist wieder bis Level 10. So, hier ist jetzt der erste große. Der geht natürlich jetzt auch erst mal bis Level 100. Und dann mal schauen, was ich noch später verteilen kann auf die, die dann halt Prio 1 haben. So, auch der Schadensbonus natürlich auf Stufe 10. Ich meine auf Stufe 100 natürlich. So, der Bosskampf-Timer hat jetzt einen Basiswert von 4,76. Ich weiß natürlich nicht mehr, was er jetzt vorher gehabt hat. Aber mal sehen, wie viel der dann später eben um Level 260 dann erreicht und ob der einen deutlichen Unterschied dann eben entsprechend hat. So, Motors ist ja schon an der richtigen Position aufgelevelt. So, die Unassigned-Clicker sind auch nachrangig. So, hier jetzt auch die Tressarchest. Da hat er jetzt nur 1% Bonus. Und das wird jetzt auf jeden Fall gleich ein bisschen mehr. 8% ist natürlich jetzt noch nicht allzu viel. Aber das ist nach den nächsten zwei Durchläufen komme ich da auf jeden Fall noch deutlich höher ran. Sobald der hier mal auf Level 50 bis 100 irgendwo angekommen ist, ist der Bonus schon sehr viel spürbarer. So, damit ist die Vorbereitung abgeschlossen. Das heißt, die wichtigen sind jetzt alle noch offen. SPS, Goldboni, dann die Schatzboni und Vergoldungsboni. Und auf die gebe ich jetzt eben die restlichen 200.000 Helden, soweit es geht aus. So, mal gucken. Machen wir da erstmal bis 500. Ob sie alle soweit mitkommen. Auf jeden Fall den Bonus. Ja, das wird schon knapp. Kriege ich nicht alle auf 500. Genau, den Schadensbonus noch. Golder Schatz tun. So, ja, das war's dann jetzt schon. Klar, Mortus hat jetzt signifikant müsste ich 1 hoch 6 geben. Das heißt, da ist auch nicht genug da. Und das heißt, hier mit hunderter Schritten ist jetzt nichts mehr machbar. Das heißt, die restlichen Heldenseelen lasse ich jetzt einfach noch stehen. Und ja, hier habe ich auch mein erstes Relikt wieder bekommen. Klar, das muss ich eh noch nichts austauschen. Ich kann es ja nicht mal zerstören und kann es einfach mitlaufen lassen. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt mehr die Boni setzen Richtung Superklicker und goldenes klicken. Und dann unterstützt noch eventuell mit Glückstreffer und Energieschub. Das hilft dann auf jeden Fall immer noch am meisten. So, die Combo ist jetzt schon weg. Dafür bin ich jetzt im Idle-Modus. Und jetzt heißt es halt dann einfach das Spiel laufen lassen, bis es selber nicht mehr weiterkommt. Vor allen Dingen bis dann keine Instant-Kills mehr da sind. Und das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Auch wenn ich jetzt mit denen... Ja, bei den Monstern sind wir jetzt fast schon wieder bei 300. Vorher sind wir ja bei 400. Das waren jetzt vielleicht keine zehn Minuten jetzt, bis das wieder erreicht worden ist. Aber ich habe ja jetzt auch erst nach und nach die Antiken vergeben. So, jetzt ist der SPS-Bonus noch mal aus. Was aber auch nicht schlimm ist, in einer Minute springt er wieder an. Und so geht es dann halt jetzt weiter. Das heißt, mit dem nächsten Reset dürfte auf jeden Fall dann der Verräter des Erfolgs abgeschlossen sein. Weil wenn ich beim letzten jetzt schon 81 bekommen habe, oder ne, 91 waren es glaube ich, dann sollte es also jetzt hier kein Problem sein, die verbleibenden 89 Seelen noch zu bekommen. Und das denke ich, wird noch nicht ganz reichen. Mal gucken. Hier kann ich ja zumindest bei der Transcension schauen. Also der erste Sprung waren knapp 4000 Level. Dann habe ich ein bisschen kürzer resettet und nicht so sehr auf das Level gepusht. Das heißt, das waren dann nochmal 2,7. Das ist jetzt wieder ein bisschen mehr geworden. Das heißt, ich hatte jetzt hier wieder 3.200. Mal sehen, wie lang sich das jetzt hier spielt, dass ich das noch gut am Ende pushen kann und ja, irgendwo vielleicht bei 25.000 ankomme. Vielleicht macht sich aber auch der Bonus so weit bemerkbar, dass es noch ein ganzes Stück höher geht, je nachdem wann halt diese Bremse letztlich greift, wann der, ja, nach wie vielen Zehnerpotenzen diesmal hier kein signifikanter Unterschied mehr ist und eigentlich hier keine weiteren antiker Seelen mehr freigeschaltet werden können, bis ich den nächsten Reset gemacht habe. Ja, also so weit heute für Clicker Heroes und jetzt auf zum nächsten.